Willkommen zurück zur nächsten Folge Hellblades. So, wir haben jetzt gerade hier diese komische Welt da, wo sie ihre Mutter getroffen hat oder so halb getroffen hat. Und wir natürlich unser Schwert bekommen haben. Und dann schauen wir jetzt mal weiter. Ich glaube wir müssen davor, wo ich schon einmal gesagt habe, da oben da ist noch eine verschlossene Tür. Ich denke mal da müssen wir hin jetzt. Ja, es war diese Stimmen wieder in ihrem Kopf. Wir sind zurück. Na genau, da müssen wir glaube ich hoch, auf diese Brücke da, oder? Look up, just up. Ist er hier vielleicht rein, oder? Nee. Hier waren wir letztes Mal. Ja. Ich gehe ja schon hier hoch. Nach hier. Ah, okay. Bin mir gar nicht sicher, war das vorher auch da? Ich glaube nicht. Oder habe ich da bloß nicht gescheit geschaut? Ich kann es so tun. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Geh weg. Ich bin mir berührend. Ich erzähle euch von einem großen Heroin namens Sigurd, Sonn von Sigmund Nolens. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain, but Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods, but Rain's brother Fafner killed his father and took the gold all for himself. Fafner hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was das ist. Ah, okay. Ist eine andere Brücke rüber? Oh, was ist denn das für ein Viech, was hier grölt? Na, ich kann's fühlen. Öffne nicht die Tür. Äh. Garn ist die Name. Und es weiß, dass du hier bist, Senua. Es kann die Lượng indifferent werden. Mhm. Hm? Was haben wir Angst, Cesar? Wie würdest du dir sagen, Dillian, wenn du zu viel Gewinn bist, um in die Schuhe zu stecken? Sie können mich nicht stoppen! Dann mach's! Hä? Bei ihm? Hab ich jetzt gestorben, oder was? Was ist denn das jetzt hier? Ich bin wieder gestorben. Meine Hand! Kann ich da nicht durch, oder? Nee! Hier bin ich safe. Wenn ich hier hingehe, fängt's auch schon an. Hier darf ich auch nicht lang. Das sind vielleicht so Zwischenpunkte, wo ich stehen bleiben muss, oder? Nein, was ist denn das jetzt hier? Also raus kann ich hier auch nicht, weil da fängt's ja hier auch schon an. Oder darf ich hier nur langsam? Sobald ich über die Schwelle gehe hier. Ich hätte einfach geradeaus durchlaufen müssen. Ach so scheiße. Ich muss sonst Licht wahrscheinlich immer. Da schau ich mal hier vorne. Hier fängt's wieder an, genau. Das ist die Frage jetzt. Da schaut's relativ dunkel aus. Ich würde jetzt einfach mal hier lang. Da hinten leuchtet irgendwas. Ach so, hey. So full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. And they won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't miss them. Don't you see their faces? He's coming. Senua, help me! Help! Get me out of here! Don't go! Oh, she's coming back. Where has she gone? She's disappeared again. Where she shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when she's dead. And my mother lost her smile. She's coming back. 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 This is what happens if you reach for the underworld. She's coming back. I think I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Oh no. Let's go. She's coming back. She can do it. She can go under them. No, no. No. Don't go away. Oh? Ach du Scheiße. Schnelles Licht davor. Komm. Wow. Mit der Fackel war es schon angenehmer, muss ich sagen. Komm, da vorne ist wieder das nächste Licht. Schnell. Ach. Dann rennen wir mal da rüber. Okay, hier ist was. Welches ist denn das? Ist das Symbol? Aber wo? Ist halt echt widerlich, wenn es hier so dunkle ist. Okay, ganz links am Rand ist das. Man sieht hier kaum was. Ach, das ist doch mal wieder... Sind das wieder hier für ein Level, Leute. Aber nur schrecklich. Aber nur schrecklich. Denn das ist einfach nur schrecklich. Oh, da ist es das. Oh, der ist ein empresariales Material. Ich glaube, hier wurde ein eigenes Resort. Ich weiß nicht, was ich hier so genieße. Oh, da ist es nicht so, wie es ist. Aber da muss ich mir einmal anpassen. Ach, nee, 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 Leute. Richtig ätzend. Das ist nämlich weiterhin, aber das muss doch hier irgendwo sein, das Teil. Ich red mal doch mal rüber ins andere Licht. Aber hier wird mir jetzt auch nichts angezeigt. Das ist doch ein Graus, Leute. Ich bin hier ums Eck, oder? Oh, 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 oh. Hm, hm, hm. Hm, 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 schwer, 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 schwer. Echt nicht leicht gerade. Hm. Bestimmt irgendwas hier zu tun, dass ich hier in diesem Zustand da rein muss. Auf jeden Fall ist es an der rechten Seite, das Teil. Das könnte ja überall, hier ist, hier ist ein Licht anbogen. Naja, aber das ist auch nicht. Hier oben hätte ich gedacht, hier oben links ist nämlich... Ich weiß nicht, ob das da vielleicht was ist. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts. Naja, Leute, wir sind jetzt schon wieder an der Zeit. Das Riesel schauen wir uns nächstes Mal nochmal genauer an. Wir haben ja noch drei vor uns. Und das wäre jetzt noch ein bisschen lang, wenn wir hier alle drei finden würden. Dann macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Euer Nox. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.